Du wirst auf den Knie, oder was? Wischst du auf den Knie, oder was? Was? Dann hat sie vielleicht das Ding auch beim Wischst. Das hat man nicht stark. Und auf den Knie im Stall? Ne, 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 wir gehen mal nicht hin. Wir gehen mal nicht hin. Noch mal, dass wir die Langierpeitsche auspacken. Man muss nicht alles sehen, oder? Ich wusste, dass es mit der Peitschkugel da wieder so ist. Kannst du ja wie auf den Nädels werden, ne? Gibt's dann jeden Ohm, bügelnden Empfangenswand. Dann muss ich lieber auf den Blacken Hoden.